Woche 3 Vergänglichkeit beobachten Diese materielle Welt gleicht den Wellen eines immerwährenden fließenden Flusses. Welcher Umstand ist nun ein Nachteil und welche Welle eine Gunst oder ein Vorteil, aus welchem man Gefallen ziehen könnte? Welchen Ort könnte man als vergnüglich und welchen als unerträglich bezeichnen? Was ist Glück und was wird als Leiden wahrgenommen? Da die Umstände endlos an uns vorbeifließen, hat keiner dieser Zustände wirklichen Bestand. Die gesamte Außengestaltung des materiellen Universums, welches vor einem ausgebreitet ist und das mit dem Geist und den Sinnen wahrgenommen wird, ist eine illusorische Kreation, die durch Krishnas Einfluss als wirklich empfunden wird. Man soll alle Phänomene als indurchziehende Umstände verstehen, die Krishna der Seele offeriert. Wenn sie sich auf diese fixiert, nimmt man die Grundlage, die alles durchdringt und auf welche alles geschieht, Krishnas liebende Absicht und wunderschöne Gestalt, nicht mehr wahr. Wenn das eigene Bewusstsein von Krishnas Illusion verzerrt wird, projiziert man vielerlei unterschiedliche Bedeutungen und Wert in materielle Objekte und Zustände hinein. In Klammer, Krishnas Illusion, welche erst aktiviert wird durch die eigene Entscheidung zur Gleichgültigkeit, seinen Namen, Eigenschaften, Schönheit und Lila gegenüber. Auf diese Weise ist das Bewusstsein ständig in Bewertungen absorbiert, dass dieses gut und angenehm sei und anderes unangenehm und verwerfenswert. Die Wachheit der Seele wird dadurch komplett eingeschläfert. Krishna, ich nehme die Zustände als solche hin. Ich passe mich den natürlichen Rhythmen an, anstatt von ihnen zu verlangen, dass sie sich auf mich auszurichten hätten. Ich gebe mich vollständig in den Strom der äußeren Veränderlichkeit und erwarte nicht, dass die äußere Welt sich nach den Vorstellungen des kleinen Ichs zu bewegen hat. Darin existiert der Raum der Erinnerung an dich. Alles bewegt sich in dem gesamten Universum. Wenn ich denke, ich müsste den Verlauf in Kontrolle bringen, hinterlässt das Geschehen einen Abdruck im Bewusstsein, welcher dann zu erneutem Handeln drängt. Im Mitschwingen in dem Geschehen bleibt der innerste Raum frei für die Ausrichtung auf Radha Krishna. Dieser war bisher immer besetzt durch die Reaktionsmuster auf das objektive Ereignis. Das Mysterium der Zeitweiligkeit möchte uns auf Wirklichkeit, auf Substanz, auf Sri Krishna verweisen, wenn man nur gänzlich den Widerstand dagegen fallen lässt.